Man, ich stolper die ganze Zeit über meine eigenen Schnürsenkel. So Freunde, wir haben die Woche das schöne Wetter genutzt und haben ein bisschen Fenster geputzt. Und heute ist Sonntag und der Osterhausen ist da. Schauen wir mal, wer in der Stunde später die Eier findet. Seltener Anblick, den wir euch nicht vorenthalten wollen, Marco und Niki beim Teamworkout. Und an der Stelle wollte Marco eigentlich synchron sprechen, was er sich bei seiner Engine schon gedacht hat. Aber nachher wusste er es auch nicht mehr. Aber starke Stunde. Osterhase filmt sich bei nicht selber, wenn er Ostereier versteckt. Wie toll. Da fand ich nicht... Also die sind ja wohl Fusseurchen. Partner-Workout, einer sucht Ostereier, während der andere Burpees macht Vielen lieben Dank an den unbekannten Osterhasen, der uns vor so Sachen vorbeigebracht hat Aber nachdem wir nicht wissen, wer der Osterhase ist, roasten wir ihn einfach mal